Ich bin durch die scheiß Krankenstation durch und trotzdem... Ach Gott schrecklich. Irgendwo hier ist das Vieh. Nein, 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 da fall ich nicht rein. Wie schnullockt der Krach, das scheiß Vieh an. Oh Gott. Es versucht uns fallen zu legen. Aber darauf fall ich nicht rein. Oh Gott schweiß, der ist ziemlich lang. Ja, 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 komm. Nein, na, oben ist nichts. Ach scheiße. Wie eine Schlange, wie eine Schlange ist dieses Tisch. Und du weißt sofort, es ist da irgendwo. Ach scheiße. Hoffentlich wehnt es mich nicht. Oh Gott. Da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Es scheint weg zu sein. Vielleicht können wir es irgendwie weglocken. Oh, oh, scheiße. Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich... Flair oder irgendwas... Irgendeine Handfackel... Ich versuche, das Vieh mit der Fackel anzuleuchten. Und wegzulocken. Und zack. Los geht's. Los geht's. Es hat funktioniert. Da kommt's. Da kommt's. Und jetzt. Ganz leise weg. Ganz leise weg. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh Gott. Oh!